Das ist der Triforce der Weisheit, Link. Der teuflische Hexenmeister Ganon besitzt den Triforce der Macht. Derjenige, der beide Triforce besitzt, wird für immer der alleinige Herrscher über dieses Land sein. Du musst mir helfen. Hey, für euch mach ich doch alles, Prinzessin. Wirklich einsame Spitze, du Held. Hey, ich tu mein Bestes, Prinzessin. Der eisige Fluch Heute ist der erste Tag im Frühling, Link. Fühlst du etwas? Aber klar doch, ich trage das Gefühl der Liebe in mir. Wie lieb von dir! Und fühlst du dich auch stark wie ein Bär, verwegen und zu allem bereit? Ja, zu allem. Gut, denn es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Dieses Schloss muss von oben bis unten geputzt werden und du wirst höchstpersönlich dafür sorgen. Aber, Prinzessin! Keine Widerrede. Fang schon mal an, mein Helm. Ich komm später und seh nach, wie weit du bist. Das gibt's doch nicht! Ich und sauber machen. Wenn Zelda glaubt, ich mache ihr sauber, dann hat sie sich aber geschnitten. Ich bleibe hart. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde mich vor sie hinstellen und sagen, wie schlecht ich mich heute fühle. So schlecht. Gesundheit, Link! Fühlst du dich nicht gut? Schon okay, es geht mir gut. Ich mache noch sauber, so gut es geht. Obwohl ich erkältet bin. Oh mein Gott, du musst dich ausruhen, Link. Das klingt ja schrecklich. Mein armer Held. Was für ein Müllhaufen! Ein Saustall ist das! Das kann man ja nicht mit ansehen. Sauberkeit macht keinen Held. Ein Königreich zu retten, ist das, was ihm gefällt. Aber es beleidigt die Nase, die so königlich, wenn sie muss riechen, den Gestank so fürchterlich. Ich werde gleich mal lüften. Ah! 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 Ein Mobi! Ah! Gibt Ganon denn niemals auf! Ah! 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 Sag, Ganon, das nächste Mal stecke ich seinen Kopf in die ungewaschene Wäsche! Ah! 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 Link! Oh Mann, Kuschelzeit! Ah! 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 Habe ich nicht gesagt, du solltest putzen? Hack nicht auf Link herum, er ist krank. Was du nicht sagst. Siehst du nicht, er ist erkältet. Siehst du, er ist sehr krank und fühlt sich schrecklich schwach auf den Beinen. Vorhin fühlte er sich aber noch ganz gut auf den Beinen. Oh, ich fühle mich so geschwächt. Siehst du, er ist krank und braucht Ruhe und eine liebevolle Behandlung. Oh, mein armer Held. Ich glaube zwar, dass du schwindelst, aber du kannst im Bett bleiben. Und du kannst dich wieder an die Arbeit machen. Es gibt noch so viel zu tun. Sie putzen das Schloss? Es wird Zeit, dass ich das Schloss mal wieder so richtig ausräume. Und dann hole ich mir den Triforce, der mich zum Herrscher von ganz Hyrule macht. Und du zurück mit ihr in die Teufelsglocke. Oh, ist ja schwer. Puh, weg den Dreck und das geschwind. Oh, diese kleine Fee ist genau das, was ich jetzt brauche. Orangen, frische, saftige Orangen, reich an Vitaminen, haben alles, was der Körper braucht. Oh, ich nehme eine. Ich habe einen kranken Freund. Und du wirst bald genauso krank sein. Stimmt etwas, nicht meine Kleine? Ich weiß nicht, ich fühle mich, als ob ich auf einmal viel mehr Energie hätte. Hey, vielen Dank für die Orange. Vielleicht hilft die Orange, Link wieder gesund zu machen. Nimm das, Garnon. Und das. Juhu, Link, darf ich hier reinkommen? Ich stelle mich lieber krank. Komm rein, Sprite. Ich habe dir eine Orange mitgebracht. Sie wird dich wieder gesund machen. Ich komme später nochmal vorbei. Danke, Sprite. Warum soll ich gesund werden? Ich werde es dann wieder gesund, wenn das blöde Putzen vorbei ist. Sprite, wo bist du? Mach das Bett, wisch den Boden auf, entferne den Staub von den Regalen und keine Besuche mehr bei Linken. Jawohl, erlauchte Hoheit. Immer nur arbeiten, arbeiten. Aber dagegen kann man was tun. Ups, wie gibt es sowas? Meine Zauberkraft ist viel stärker geworden. Was geht hier vor? Das klingt doch nach Sprite. Ha, mein Zauber scheint genauso zu funktionieren wie geplant. Hat da nicht gerade jemand geschrieben? Sprite! Ich komme, Sprite! Oh, ich weiß nicht, dass er fett bleiben soll. Oh nein! Was für ein königliches Bad. Spar dir deine Witze. Da steckt sicher Ganon dahinter. Ja, ihr habt recht. Was haltet ihr davon? Ha, während die beiden noch nachdenken, werde ich mir den... Ha, ha! Der Triforst der Weisheit ist mein! In Verbindung mit meinem Triforst macht es mich zum alleinigen Herrscher über Hyrule. Und das wird das Ende von Link und Zelda sein. Mach auf! Hilfe! Mein Gott! Mein Zimmer! Meine Freunde, tu doch was! Und nun wird aufgeräumt. Wie geht's deiner Erkältung, Link? Wie weggeblasen, okay? Wollte mich nicht endlich befreien. Puh, was hat das Ganze zu bedeuten? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Sprite? Ähm, ja, Zelda? Was ist hier passiert? Naja, ich hab den Bettvorleger gesäubert draußen. Dann ging ich wieder rein, um meine Aufräumformel zu sprechen. Und dann ging alles schief. Ganon! Der Triforst! Oh nein, Ganon hat den Triforst! Gut aufgepasst, du Held! Hey, mir war schlecht. Es wird dir schlechter gehen, wenn wir den Triforst nicht zurückbekommen. Komm, das verspreche ich dir. Also, komm! Das ist ja schrecklich. Ich bin an allem schuld. Und nun riskieren Link und Zelda ihr Leben. Ich muss ihnen helfen. Schneller, sag ich, schneller! Gut so! Verdammt, sie kommen nimmer näher! Er versucht, einen Eingang zur Unterwelt zu erreichen. Ich kenne eine Abkürzung. Ich hoffe, sie ist gut. Ich erinnere mich noch an deine letzte Abkürzung. Sie wurde zu einer Falle. Schönheit vor Alter. Jetzt weiß Falle ist. Wartet auf mich! Schon zur Stelle, Prinzessin! Keine Angst! Ich weiß nicht, ob ich dich befreien soll, obwohl... Naja, was soll's! Heilt euch, Prinzessin! Ich krieg keine Luft mehr! Oh! Oh! Selten erwartet! Endlich! Ich kann zufrieden sein! Beide Trifors, Seite an Seite! Keiner kann mich jetzt aufhalten! Das war also deine Abkürzung! Ja, was haben wir denn da Nettes? Barnum! Sehr gut, Link! Hast du noch ein paar Tricks auf Lager? Lass mich hier raus und ich zeige dir noch ein paar, du Schweinebacke! Aus diesem dicken Glas wirst du so schnell nicht mehr herauskommen, du Held! Zu schade, dass euer Besuch nur von kurzer Dauer sein wird, aber ihr habt mich sowieso nur gelangweilt! Na komm, mein kleiner, Essenszeit! Ich kümmere mich darum! Irgendwie kommt mir dieser Satz bekannt vor! Nein, Gunea, nein! Du musst von oben rein! Lass ihn los, oder ich mach Krabbengeschnetzeltes aus dir! Link hat Probleme! Meine Zauberkraft wird ihm helfen! Ah! Au! Au! Ha, er tanzt wie Trampel! Ha! Oh! Spryde, zerstör das Zauberglas! Na gut, ich probier's! Ha! Das wirst du doch bereuen, Prinzessin! Ha! Zelda, Spryde, raus hier! Warte, wir können den anderen Triefhaus noch holen! Lass ihn, wir haben keine Zeit! Oh! Ende gut, alles gut! Ganon wird vor eine Weile mit dem Aufräumen seiner Thronhalle beschäftigt sein! Es ist eine Bruchbude, jetzt können wir endlich mal in Ruhe ausspannen! Das glaubst auch nur du! Wir haben immer noch Frühjahrsputz und wir fangen mit meiner Kammer an! Aber ich bin erkältet, euer Hoheit! Tschi, und ich auch! An die Arbeit!